wo ist er hinten links links runter links runter hier geradeaus jetzt ja ja genau hier irgendwo jetzt leicht rechts von uns vielleicht ja da rechts am stein er steht er steht er hängt am stein alter wir sagen wir sollen wir helfen ihm solarplatten ist ein helmet box zwei helmet box ich packe meine mx wieder ein der jungs solarplatten sind zwei helmet boxen helmet box der officer mikrofon aktiviert guten tag guten tag guten tag so wir sind wir sind mobiler äh mich halt hier vereint und ihr rücklicht ist kaputt das wollten wir ihnen kurz sagen mikrofon aktiviert mikrofon aktiviert mikrofon aktiviert mikrofon aktiviert ihr rücklicht ist kaputt kommen sie mal kurz mit mir gucken uns das mal eben zusammen an hier kommen sie mal mit ihr rücklicht ist kaputt mikrofon aktiviert mikrofon aktiviert gucken sie hier gucken sie kaputt kaputt ok können sie direkt wieder weiter fahren mikrofon aktiviert mikrofon aktiviert mikrofon aktiviert wieso was ist los mikrofon aktiviert sorry äh sie müssen das kipps nicht umbinden verlassen mikrofon aktiviert wie ist denn ihr Name mikrofon aktiviert hör mal den Dienstausweis mikrofon aktiviert hängen sie nochmal ihm ihn ausreffen mikrofon aktiviert mikrofon aktiviert mensch warten sie Herr Ghost warten sie ich gebe ihnen nochmal ihm einen Ausweis dann können sie sich später bei mir melden dann können wir hier vorbei und dann remberieren wir ihnen das mikrofon aktiviert Klaus Klaus macht ei ei sie kommt so viel Bullen gerade Mensch das ist hier noch mehr von den Kollegen guten Tag guten Tag guten Tag guten Tag guten Tag ja warten sie 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 mit den Dienstausweisern danach verziehe ich mich hier ja doch ich möchte aber 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 nicht ohne mich ohne mich ohne mich ohne mich ohne mich umschließen darf hier 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 5